Drei Punkte Rückstand Bougie, heute zählt nur ein Sieg. Absolut, sie müssen hier gleich Vollgas geben, das ist klar. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Und jetzt die Chance. Daniel West. Jetzt könnte es gefährlich werden. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Ball draußen wird Einwurf geben. Geis. Isco. Da trennt er ihn fair vom Ball. Touré. Ein unfassbares Tor. Erster Schuss, erstes Tor. Hoffen wir für den Gegner, dass sie nicht weiter so effizient auftreten. Das nimmt man dann wohl Druck hinter dem Ball. Ein Strahl. Wir schauen kurz auf die Uhr. Sieben Minuten hat es nur gedauert. Und nun David Silva. Sandy Gazzola. Kais. Und Koke. Jaya Touré. Gazzola jetzt am Ball. Man United holt sich den Ball zurück. Quatradio jetzt am Ball. Nacho Monreal. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Den Ball holt er sich. Jetzt Santi Gazzola. Und Jaya Touré. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Ibrahimovic. Einen Spieler. Schussversuch. Pfosten. Klasse vom Verteidiger. Den hat er super geklärt. Und Jaya Touré ist da. Nacho Monreal. Den spielt er wieder zurück. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Und jetzt die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Abwehr hat aufgepasst. Daniel West. Touré. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und Barcelona hat den Ball. Souverän. Er hat den Ball. Sehr gut von Touré. Ja, passt auf. Das könnte der Gelegenheit werden. Und da verlieren sie den Ball. Ja, ja, Touré jetzt. Isco jetzt am Ball. Rahn. 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 Janik Polasi Zure Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken, der Regen hört nicht auf Hoffentlich hält der Platz das aus Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden Der Platz kann das ab Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden Jetzt hat er den Ball gut von Piqué Geis Da trennt er ihn vom Ball Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Das ist die Chance Niemand da für die Flanke, das haben wir schon besser gesehen Esku jetzt am Ball Daniel wäre es jetzt am Ball David Silva am Ball Wird es jetzt gefährlich Ibra Cadabra Zwei Minuten werden nachgespielt Keis Da gewinnt er den Zweikampf Und Cuadrado Und Und Das ist meine Katastrophe Das ist meine Katastrophe Also können wir uns in der Küche Das Spiel geht weiter. Momentan liegt Barca vorne. Und Dani Alves. Ibrahimovic jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ibrahimovic. Gut gemacht vom Torhüter. Und jetzt gucke. Cuadrado jetzt am Ball. Und Santi Gazzola. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball geht zu Santi Gazzola. Gazzola. Gutes Take-Ning. Touré. Jetzt Yaya Touré. David Silva. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Das könnte gefährlich werden. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Nun Esco. Jetzt Lacazette. Gute Aktion. Nun Santi Gazzola. Yaya Touré jetzt. Barcelona mit dem Angriff. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Lacazette. Gut aufgepasst. Da kommt der an den Ball. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Und jetzt gucke. Sehr guter Einsatz. Nacho Monreal. Und Dani Alves. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Gut gemacht. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Ibrahimovic. Jetzt der Angriff vom Barca. Jetzt Quadrado. Abgefangen. Gut gemacht. Und Koke. Yannick Bolasi. Da kommt der Pass für Ibrahimovic. Nur Koke. Und Lacazette. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und Yaya Touré ist da. Den Ball leitet er weiter. Yannick Bolasi. Sie warten ganz geduldig. Auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Barca will wechseln. Fairer Einsatz hier. Nacho Monreal. Gutes Stellungsspiel. Und so. Brand. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Das nenne ich effizient. Kaum kommen sie mal vor das Tor, ist der Ball auch drin. Und damit konnte man nach diesem Spielverlauf nicht unbedingt rechnen. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Yannick Bolasi. Piqué am Ball. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Lacazette jetzt. Gut in den Lauf gespielt. Und jetzt ein Schuss. Jetzt gibt's Ecke für United. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Das war eine wichtige Parade. Er verlucht's. Er trifft den Pfosten. Schießt er ihn rein. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute. Folgerichtig die Auswechslung. Bradley. Und direkt zurückgespielt. Basser jetzt in der Offensive. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Dill. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Einwurf für Barcelona. Der Ball im Haus. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Da trennt er ihn vom Ball. Bradley. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. David Silva. Klasse aufgepasst vom Torwart. Jetzt Ibrahimovic. Es gibt sie noch. Die eine Chance. Und der Torhüter geht auch mit in den Strafraum. Und da kommt die Offizie. Ibrahimovic. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und der Torhüter geht auch mit in den Strafraum.